Natascha Ochsenknecht musste nach oben, um als Hofner den Luxusbereich zu bespaßen. Aber Ochsenknecht ist eben keine Spaßkanone, sondern eher eine Lästerpumpgun. Und so zog sie, was das Zeug hält, über die Isar her. Aber dummerweise war Big Brother fies und zeigte ihre Lästerattacke den Bewohnern unten in der Gosse. Was natürlich nicht gut ankam, auch nicht bei... Der Jessica, also die Isar und die Jessica regten sich dann natürlich drüber auf, als dann die Ochsenknecht wieder unten erschien. Die konnte natürlich gar nicht verstehen, warum ihre Lästerattacke überhaupt nicht gut ankam. Ja, völlig... versteht man nicht. Also, ja, versteht man nicht.